Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich befinde mich heute draußen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich irgendwie unterwegs bin und trotzdem diese Woche ein Faktenvideo machen möchte. Und deshalb mache ich jetzt einfach spontan hier bei diesen netten Hintergründen ein Video, wie ihr sehen könnt. Das ist eigentlich ganz nett. Ich habe extra geschaut, dass ich einen schönen Hintergrund habe und würde ich sagen, starten wir mal. Gründliches Aufräumen kann gegen Unzufriedenheit oder Depression helfen. Fuck, ich sollte meine Wohnung irgendwie auch mal wieder aufräumen. Das ist so ein Thema, ne? Ich räume meine Wohnung eigentlich relativ selten auf. So einmal die Woche oder so. Aber ich kann mir eine Butzfrau zulegen mit YouTube Money. Hm, als ob du mit YouTube jemals schon mal Geld verdient hast. Klar habe ich das. Ich bin Rich Man. Ich habe ganze zwei Euro damit verdient. Zwei Euro! Kann ich mir ungefähr 40 Minuten eine Butzfrau leisten? Oder so? Alles klar, mein Freund. Ach, halt's Maul, du Spaß. Ach, Leute, ich sag's euch. Ich kann nirgends hingehen. Überall werde ich von diesen Klonen verfolgt. Und da oben steht schon wieder mein lieber schwuler Freund. Gönnt ihn euch, gönnt ihn euch. Schaut ihn euch an. Hallo! Wobei, den könnte ich eigentlich heute ruhig mal wieder was sagen lassen, denn irgendwie ist er bei euch verdammt gut angekommen, mein schwuler Freund. Von daher wird er später noch einen Fakt sagen. Nun würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Fakt über. Im alten Rom wurde Blei aus Zuckerersatz verwendet, trotz seiner Giftigkeit. Im Belmont, Italien liegt seit 2006 ein 60 Meter langer rosa Osterhase. Forscher konnten beweisen, dass Cannabis das unschädlichste Medikament der Welt ist. Sogar Aspirin ist schädlicher. Eine Studie beweist, dass glückliche Kühe mehr Milch geben als unglückliche. Der griechische Philosoph Chrysippus starb an einem Lachanfall. Er hat sich über seine eigenen Witze totgelacht. Ich wusste gar nicht, dass man sich totlachen kann. Eine Kakerlake kann neun Tage ohne Kopf überleben, doch dann verhungert sie. Katzenurin leuchtet im Dunkeln. Wer zur Hölle erforscht sowas bitte? Eisbären sind Linkshänder. Löwen haben bis zu 50 mal Sex am Tag. Verdammte Scheiße, halt auch 50 mal. Also als ob ich 50 mal am Tag könnte. Wobei, das kann nicht so. Ja Leute, eigentlich sollte jetzt mein lieber schwuler Klon noch einen Fakt machen. Aber der ist jetzt irgendwie verschwunden. Deshalb macht er keinen Fakt. Vergesst heute nicht fleißig zu kommentieren, zu abonnieren, um das Cover zu gewinnen, das ich verlose. Und ja, ich würde sagen, ich bin hier mit raus. Ciao.